Radabenteuer Nummer 4 in 2022 steht an. Nicht ganz so lange, nicht ganz so anspruchsvoll, aber mit Sicherheit bestimmt schön und spannend, wenn noch ein paar Umstände da mitspielen. Wenn ihr wissen wollt wohin, wie weit es geht und wann ich starte, dann bleibt einfach dran. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Helgenhaupt. Ich bin der Helge, der unpädagogisch, der Pädagoge der Welt. Ja, es geht schon wieder auf Fahrradtour. Die war lange geplant und jetzt steht sie an. Und zwar schon morgen fahre ich los, also am Donnerstag. Ich hoffe, das Video kommt heute noch. Dann wäre es also morgen. Okay, ja, es geht nach Bremerhaven an die Nordsee. Hier von Duisburg-Maas am Niederrhein aus bis nach Bremerhaven sind circa 320 Kilometer, so wie ich mich kenne und mich dauernd verfahre jetzt bestimmt ein bisschen mehr. Ich habe lange gezweifelt, ob ich das Ding überhaupt starte, denn wenn ihr da seht, das Wetter ist so toll. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen Glück habe, dass es nicht blästert ohne Ende und ich sag mal in Wasser versinke. Auf jeden Fall, ich freue mich. Ich werde natürlich da auch ganz viel schneiden. Videos zu bringen und hoffentlich schaut ihr dazu und begleitet mich auf dieser Radreise, die bestimmt wieder ein paar kleine Abenteuerchen beinhalten wird. Ja, ich muss ein bisschen Gas geben mit den Videos. Und zwar bin ich ja immer noch bei den England-Videos. Und danach kam ja noch die Ruhrtour. Die kommen dann auch noch die Filme. Und dann erst Bremerhaven. Danach soll ja noch was kommen. Aber da sprechen wir noch nicht drüber. Ja, ich kann aber nicht jeden Tag einen Film schneiden. So viel Zeit habe ich einfach nicht. Ich muss ja auch arbeiten. Deshalb bitte verzeiht mir, wenn es dann Zeit verzögert, dann irgendwann veröffentlicht wird. Noch einmal. Ich hoffe, ihr werdet auch diese Reise dann begleiten und viel Spaß haben an diesen Videos. Ich sag einfach mal Ciao, euer Helge.